Beide geschafft. They're turning into real people back again? Halte ich hier falsch. Warte, was? Oh, ich glaube, ich verstehe, das sind Leu- Ja, Chroma-Scot wurde da- Wurde es über Clickstarter finanziert? Wahrscheinlich, wenn es schon hier drin ist. Das hier sind Leute, die- Ja, okay. Wow. Selbstmärkert perfekt. Aber ich habe auch gerade keine extra Verteidigung. Da sollte ich vielleicht auch nochmal rein investieren. Okay. 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 So, Treff noch einmal. Oder auch nicht. So, jetzt musst du treffen. Ja. Bin wieder fast komplett voll. Der Tooltip hat gerade gelogen. Ich habe nicht so viel Verteidigung bekommen, wie der Stand. Und... Ich habe nicht so viel Verteidigung. Ich frage mich, wenn ich das verstreichen lasse, geht das dann die ganze Zeit hin und her? Ich habe gerade den Spezialangriff angekriegt und trotzdem geht es mir jetzt besser als in Runde 2 noch. Also der Mekka ist jetzt fast schon OP. Spezialangriff. Wieder so Haus hoch gewonnen. Ich finde es so gut, dass wir gerade keine Spezialfähigkeiten haben. Ich dachte schon, erst minus 5 und 5 Sternen. Das wäre ein bisschen enttäuschend. Bild schicken oder unterschriebenes Bild schicken. Unterschriebenes Bild. Hallo? So, das kann man mal holen. Das andere ist mir zu teuer. Shotgun-Mikrofone? Was? Was muss ich mir darunter vorstellen? Aha. Gut. Was sagt er denn im Moment? Hero-Sword. Hero-Sword. Mecha. Shield-Shell. Alien-Cardboard brauchen wir dafür. Das brauche ich doch noch für andere Sachen, ne? Das reicht noch für eine Folge. Und danach kommt schon auch das Staffelfinale, glaube ich schon. Ähm. Was kann ich noch upgraden auf dem Ding? Das hier ist für genau den gleichen Preis, ne? Ähm. Mann. Ne, das suche ich doch gar nicht. Das suche ich. Defense. Mecha-Combo damit. Ich brauche doch ein bisschen Crit. Nicht Crit. Head Chance. Ich glaube... Ja, kostet genau das gleiche. Also vielleicht kann ich das Ding noch ein bisschen upgraden. Und wenn ich würde, dann hole ich mir Verteidigung. Also das, das oder das. Combo-Damage. Health and... Ja, Verteidigung und ja. Health and Repair. Ähm. Erstmal gucken, dass ich überhaupt das Material kriege. Das Ding ist nämlich um so ein... Na, davon brauche ich drei. Dann brauche ich neun Holz. Und für neun Holz brauche ich... Okay, acht Holz brauche ich 24 Woodboard. Also Cardboard, so rum. Also Cardboard, so rum. Aliens kaufen auch Stuff auf Amazon. Okay. Gut zu wissen. Gold Tape. Da kann ich sogar direkt zwei machen, wenn ich möchte. Ähm. Ich würde eigentlich schon sagen, das hier. Und das ist schon auf Stufe 5 jetzt. Und das ist schon auf Stufe 5 jetzt. Und das ist schon auf Stufe 5 jetzt. Oh, mit Gast da. Oh, mit Gast. Da fehlt ein N. Was? 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 Ah, okay Pass auf, ihr zahlt euch auf Du greifst an Tranquility, naja, sollte ich das schon auf ihn benutzen? Stun resistance Das laufen die alle hier rüber Boah, kann mein Hund vielleicht mal aufhören zu bellen? Hat er versucht rauszufinden Der Ach, ist euch vertauscht, ne? Oh, nice Yes Ja, hier hält auch leider nichts aus, das heißt, ich muss ihn raushalten. Der macht gut Damage. Pass auf. Du hilfst. Wo ist Lee? Das ist Lee, pass auf, der schwarze Ranger kommt zum Schluss dazu. Der muss sowieso nicht geheilt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen super Attack triggert, wenn der Gast da dabei ist, aber halt keiner, also einer von meinen fehlt. Aha. Er ist enraged Aber jetzt nicht mehr So, gehst da hin Super So, was ich denn jetzt mal Spezialattacke, dann dürfen wir nicht so viel riskieren. Das war's für mich. Also selbst wie Perfekt kriegt man schon richtig Damage Das war's für mich